So, einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu WannaCry und dem Reverse Engineeren. Wir wollen heute uns angucken, wie man hier weitermachen kann. Wir haben schon relativ viel rausgefunden, wir machen einfach direkt jetzt hier weiter. Wir haben nämlich bis zu diesem SetCurrentDirectory, das heißt wir wissen jetzt, wir sind im Working Directory mit dem Pfad, den wir eingegeben haben. Und ja, das ist schon mal viel wert, würde ich mal so behaupten, aber wir können tatsächlich immer noch nicht genau sagen, was hier eigentlich passiert. Wir haben noch sehr, sehr viele Sachen, die wir nicht abgeklärt haben, zum Beispiel diese Funktion hier. Was genau macht das und warum ist hier ein Passwort dran? Lasst uns einfach mal hier oben anfangen mit dieser Funktion und gucken, was das genau macht. Da gehen wir jetzt nochmal ganz kurz durch und wollen verstehen, was genau ist das eigentlich hier. Und ja, wir sehen, hier wird irgendwas mit RackCreateKeyW gemacht oder RackQueryValueXR. Okay, diese RackDinger, die sagen mir alle irgendwas mit RegistryKeys und das ist relativ interessant. Denn RegistryKeys sind das, was dann auch wirklich eine Anwendung persistent macht. Das bedeutet, wenn man seinen PC ausmacht und wieder anmacht, startet sich das Ding neu. Das heißt, es reicht nicht, also wenn sich das Ding hier wirklich in die Registry reingeschrieben hat, reicht es nicht einfach euren PC auszumachen und dann wird WannaCry schon weg sein. Ihr habt das quasi nie ausgeführt. Nein, es ist leider in der Registry drin, es wird sich neu starten und so weiter und so fort. Das ist nicht so cool. Und ja, wir wollen uns angucken, also wir wissen jetzt eigentlich schon, was das Ding genau tut. Interessanterweise steht das in einer WhileTrue-Schleife, die nur returned, wenn das Ding erfolgreich war oder nicht erfolgreich. Was von dieser Variable und dieser Variable hier abhängig ist. So, wenn wir jetzt auch hier oben hingucken, dann sehen wir hier auch, hier ist ein String definiert und zwar u-software-backslash-Bodenstrich und dann irgendeine Kennziffer, weil das die Adresse quasi ist. Wenn wir hier draufklicken, sehen wir auch, ah, okay, da steht u-software drin, ja. Also das ist quasi unser String, das ist ein Unicode-Software-String und dieses u steht für Unicode. Und hier sehen wir einfach nur, okay, das Ding ist also, hat sich in, also es gibt in der Registry mehrere sozusagen Ordner und der schreibt sich eben in Software höchstwahrscheinlich rein. Wir sehen auch hier unten drunter direkt diese ganzen Strings, die definieren, ja, was für eine Dateiendung das ist. Werden hier aber nicht direkt selbst verwendet, sondern, ja, erstmal benutzt man hier unten was anderes. Okay, wir haben also hier irgendwas in Software reingeschrieben und das ist also ein Registry-Key. Man kann sich das natürlich auch nochmal genauer angucken, indem man hier sagt, was genau tut das Ding. Aber eigentlich ist das für uns schon nicht mehr wirklich relevant. Für uns gilt jetzt nur noch, okay, diese Funktion tut irgendwas mit Registrierungs-Editor, also mit dem Registrierungs-Editor. So, das heißt, wir sagen hier Registry-Something, weil wir nicht genau wissen, was es tut. Und es gibt, wie wir gesehen haben, ein Int zurück, damit wir hier auch tatsächlich den richtigen Return-Wert haben, weil wir hier unten immer einen Return 0 haben oder Return 1. Okay, das heißt, hier können wir eigentlich schon ein bisschen quasi uns Gehirnschmalz sparen, dann müssen wir hier drüben nicht mehr so viel nachdenken. So, also hier haben wir jetzt also Registry-Something, der Return-Wert wird nicht mehr überprüft oder verwendet, gar nichts wird damit gemacht. Ist also nur semi-interessant. Nächste Funktion verwendet dieses komische Ding, das aussieht wie das Passwort. Hier steht nämlich wncry at 2ol7 drin. Ich habe keine Ahnung, was das genau sein soll, also klicke ich einfach mal hier in diese Funktion rein. Gut, und jetzt sehen wir hier, okay, das ist schon mal interessant. Wir benutzen irgendwelche Ressourcen. Ressourcen sind etwas Besonderes hier. Das sind nicht einfach nur irgendwelche, nun ja, Dateien oder Sachen im Speicher. Ressourcen sind quasi wie eigene Anwendungen innerhalb der Anwendung. So könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Und ja, das ist relativ interessant, denn wir wissen jetzt, hier passiert noch intern mehr, als dieser Code uns eigentlich sagen möchte. Das Ganze ist nur ein bisschen versteckt. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir extrahieren die Ressourcen. Und dazu schauen wir erstmal ganz kurz nach Param 1, denn der wird ja hier verwendet, okay. Wir gehen also nochmal zurück in WinMain. Und WinMain sagt mir hier 0. Das heißt, Parameter 1 ist 0 und der zweite Parameter ist das Passwort. Oder das, was wir zumindest glauben, dass es so ähnlich ist wie ein Passwort. Okay, also was machen wir hier? Nun ja, das ist 0 offensichtlich. Also sagen wir hier mal Rename Variable Const 0. So, und das Ding hier ist 0x80. Das konvertieren wir jetzt mal ganz kurz. Lass mich das kurz hier konvertieren. In ein Dezimal, damit wir das auch direkt sehen können. So, 2058. So, und das dritte hier, jetzt machen wir ganz kurz mal noch die Doku auf zu diesem Find Resource A. Das dritte, das ist quasi der LP Type. Das ist quasi der Typ, was das sein soll. Das finden wir hier. XIA. XIA ist also der Typ unserer Ressource. Interessant. Lass uns das mal ganz kurz hier renamen, dieses globale Ding. Ups, ähm, XIA RessType. So. Okay, so wissen wir direkt, was da gemeint ist dabei. Okay, jetzt wird das Ding hier zunächst einmal gefunden. Also, es wird quasi gefunden erst mal. Das bedeutet, man kann danach irgendwas damit machen. Und dann wird hier über die HRS Info das Ganze geladen. Und wird hier überprüft, ob das auch wirklich erfolgreich war. Das heißt, sofern die HRS Info nicht null war, können wir weitermachen. Dann wurde offensichtlich was gefunden. Und sofern das Laden erfolgreich war und sofern diese Data ungleich null waren, weil danach ist nichts in den Daten drin, dann können wir weitermachen. Das heißt, wenn das Ding nicht erfolgreich geladen wurde, passiert hier rein gar nichts. Ja, aber wenn es erfolgreich geladen wurde, was es ja normalerweise sollte, dann macht man hier weiter in dem Code und macht halt irgendwas mit Dateien oder sowas. Also, das ist jetzt hier wieder mal irgendein Rumgeplänkel. Hier rufen wir noch andere Funktionen auf. Interessant wird es uns jetzt aber hier mit dieser Ressource. Okay, wie extrahieren wir diese Ressource? Nun, wir gehen erst mal in unseren Ordner rein und sehen hier, das ist die Echse mit WannaCry drin. Achtung, nicht draufklicken, ich sage es nochmal. Und dann öffnen wir ein Terminal hier. Das ist einfach hier drin. Und jetzt sagen wir hier, okay, wir wollen das Ding extrahieren. Das heißt, was wir machen ist, wir sagen REST Tool. Und zunächst einmal wollen wir uns alle Ressourcen auflisten. Das heißt, wir sagen minus L. Und jetzt müssen wir die Datei definieren. E, D, irgendwas. Das macht das ganze Ding von selber. Und wir sehen hier, hier sind drei Ressourcen drin. Die erste hat Type 6, äh, die zweite hat Type 16, Type 24 und die erste hat Typ X, I, A. Interessant. Was genau macht denn dieses Typ X, I, A? Ja, das ist genau das, was wir hier drin auch hatten. Typ X, I, A. Das ist genau das, was wir hier definiert hatten. So, dann schauen wir nochmal ein bisschen weiter und sehen hier, Name ist gleich 2058. Und genau das ist der Identifier, den wir hier haben. Das heißt, wir haben die Ressource gefunden über das WREST Tool, das wir hier tatsächlich auch verwenden, also intern im Code auch tatsächlich extrahieren und irgendwie verwenden. Sehr, sehr spannend. Ähm, und deswegen wollen wir natürlich diese Ressource hier auch extrahieren. Das heißt, wir sagen hier, hey, WREST Tool, mach mal bitte, ähm, und zwar Extract. Ja, ihr könnt das mit minus X machen oder minus minus Extract. Und das geht beides. Aber wir machen das jetzt hier mal mit der kurzen Schreibweise minus X. Und dann sagen wir hier ED, bla bla bla. So, dann geben wir noch den Namen an. Achso, warte mal, ich sollte vielleicht erst die Option angeben, bevor wir diese Datei hier angeben. Dann geben wir hier den Namen an. Name ist gleich 2058. Und dann sagen wir noch minus minus Output. Output ist gleich, ähm, 2058.xia. Okay, okay, wir wissen offensichtlich nicht, wie wir das Ganze, oder REST Tool weiß nicht, WREST Tool weiß nicht, wie man das ganze Ding extrahieren soll. Also sollen wir bitte RAW ausprobieren. Machen wir doch einfach mal. Und dann sagen wir hier, ähm, okay, mach mal das Ganze in RAW. Ähm, minus minus RAW. So, und ja, jetzt haben wir in unserem Ordner drin, wie wir gleich sehen können, 2058.xia. Joa, wir wissen aber nicht, was das Ding für ein Dateityp ist. Also XIA habe ich noch nie von gehört. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ähm, zumindest jetzt nicht vor WannaCry. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt häufig. Das heißt, was wir machen, ist, wir gucken uns mal ganz kurz an, was dieses XIA eigentlich für eine Datei ist. Deswegen benutzen wir File, das uns tatsächlich hier einige Informationen rausgibt. Und, ähm, ja, auch sehr viele Optionen hat. Aber wir brauchen eigentlich nicht viel. Wir müssen eigentlich nur File und ein 2058.xia machen. Und dann steht hier plötzlich, hey, das Ding ist eigentlich ein ZIP-Archiv. Und das sagt mir auch eigentlich mein, mein, äh, Explorer gerade. Das ist ein ZIP-Archiv, sprich, wir können das Ding extrahieren. Und ja, dann lasst uns einfach mal Unsip benutzen. Unsip auf dieses wunderbare 2058, 2058, komm schon. Punkt XIA. Hallo? So, okay, dann tippe ich es wohl aus. So, Archive 2058.xia. Und jetzt steht hier B-Doppelpunkt W-N-R-Y-Password. Okay, ähm, wie wäre es, wenn wir dann einfach mal überlegen, was denn das Passwort sein könnte? Ähm, Achtung nochmal hier ganz kurz. Hier steht B-Doppelpunkt W-N-R-Y-P-Password, ja. Ähm, jetzt gehen wir nochmal her und gucken uns in der Win-Main an, wo dieser komische String definiert wurde, mit dem wir nicht zuordnen können, der aber sehr, sehr kryptisch aussah. Ähm, wir nehmen uns jetzt diesen String. Achtet darauf, dass ihr hier nicht Bodenstrich 0 0 40 F 52 C nehmt. Das ist einfach nur die Adresse hier vorne, okay? Die interessiert uns rein gar nicht. Das heißt, und dieses S auch nicht. Das ist einfach nur, dass es ein String ist. Das heißt, was wir haben wollen, ist dieses W-N-Cry 2 bla bla bla. Machen Rechtsklick, Copy und, ähm, gehen dann wieder zurück in die Command oder ins Terminal, fügen das hier ein und tippen Enter. So, und jetzt haben wir plötzlich relativ viel extrahiert, wie wir sehen können. Denn, ja, wir haben hier U.W-N-R-Y, R.W-N-R-Y, S.W-N-R-Y, ihr seht, was wir alles extrahiert haben. Und hier haben wir auch tatsächlich einige Messages, ebenso wie B-W-N-R-Y, C.W-N-R-Y und so weiter und so fort. Und das ist schon sehr, sehr wertvoll hier. Jetzt haben wir wirklich sehr viel und jetzt bereue ich gerade auch, dass ich das Ganze nicht in den Unterordner gemacht habe. Es tut mir sehr leid, dass es sind gerade noch meine Videos, an denen ich nebenher schneide und so weiter. Ähm, die werde ich wohl dann in ein separates Verzeichnis packen müssen. Ähm, genau. Aber ja, wir haben hier sehr, sehr viel zur Verfügung mittlerweile. Jetzt haben wir, ähm, hier noch einige andere Sachen. Hier sehen wir auch tatsächlich, das wird mir schon hier als Bild angezeigt. Ich möchte allerdings natürlich jetzt ganz kurz das Bild aufmachen. Dann sehen wir hier, was genau das eigentlich soll. Und ja, ich mache das jetzt mal, oh mein Gott, das ist halt nicht so groß, ne. So, jetzt haben wir es ein bisschen größer. Ähm, und ja, jetzt steht hier offensichtlich, Oops, your important files are encrypted. If you see this text, but don't see the Wanna Decryptor window, then your antivirus removed the decrypt software or you deleted it from your software. Bla, bla, bla. Ähm, das ist relativ interessant. Das heißt, wir haben jetzt hier tatsächlich den WannaCry oder die WannaCry Ransomware-Meldung, ja, als Miniaturbild. Das ist die Meldung, die tatsächlich immer angezeigt wird. Und die wollen wir natürlich eigentlich, nun ja, verhindern, also quasi rückgängig machen. Ähm, und das ist ziemlich cool. Wobei man tatsächlich auch gerade gesehen hat, dass die, ähm, der Decryptor separat geliefert wird, ja. Okay, dann haben wir hier noch c.wnry, s und r und t und task dl.exe, task se.exe und u oder u.wnry. Das sind alles verschiedene Dateien, wobei u.wnry scheint eine auswählbare Datei für Windows zu sein. Zumindest sagt mir das hier gerade mein, ähm, ja, mein, mein Editor. Während die anderen scheinen ein wenig Textdateien zu sein. Okay, aber ja, das ist zunächst einmal das, was wir machen, wenn wir eine binäre Datei innerhalb, oder eine Datei innerhalb einer Datei haben. Sowas wie zum Beispiel dieses zip-Archiv hier. Das sehen wir hier. Und ja, jetzt wissen wir auch, was diese Funktion hier tut. Ähm, sie extrahiert und, naja, macht irgendwas mit diesen anderen Modulen hier. Wir sehen, das hier ist höchstwahrscheinlich, also alles um diese, diese Ressource drumherum. Das heißt, was ich jetzt hier mache, ist, ich nenne diese Funktion um, ähm, und schreibe ich hier Extract Resource and More. Ups, and More. So, wer will ja noch nicht genau wissen, was das Ding tut. Aber ich glaube, das reicht erst mal für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.